Das ist echt auch eine Frage, die ganz oft kommt, aber so wirklich nervig, nee, eigentlich nicht. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich die Musik jeden Tag gut gelaunt verkaufen muss und vielleicht dann automatisch schon einen positiven Bezug zu unseren Songs habe. Aber natürlich gibt es Songs, die mag man mehr, die mag man weniger. Und es gibt auch Songs bei uns in der Playlist, die man dann einen ganzen Tag im Kopf hat und dann irgendwann am Ende des Tages auch mal denkt, okay, reicht jetzt auch mal.